hey na und willkommen zurück wir machen direkt weiter mit unserer schaf farm dings booms aber für die sag nicht dass da jetzt jemand gestorben ist nee ok dafür brauchen wir jetzt auf jeden fall mal hier so ein bisschen weizen damit ihr mir auch folgen ihr versteht so hier schön abbauen das neue wieder hinpflanzen für was haben wir denn eine farm für was haben wir denn hier so eine farm digga wenn wir da nichts machen ach hühner sprechen auf die dinger hier an auf die kleinen dinger okay gut machen wir bald halt eine hühner farm so gut dann kommen sie mal her so jetzt wird gezügelt und bitteschön leute ihr kommt jetzt mal mit alle alle kommen alle alle müssen mitkommen alle raus jungs 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 ihr wisst es doch ihr kennt das doch ihr kennt das doch einer nach dem anderen so jetzt die kuh zuerst dann das schaf ja kommen kommen sie raus da ist doch ja so kommen sie mit dankeschön so jetzt eine nach dem anderen hier rein bitte auch holt doch das kleinkind da kommt ihr bleibt jetzt hier drin so das scharf muss ich jetzt mit eigener faust die rein perfekt kommst du mit kommst du mit der will anscheinlich mitkommen gut da kann man nichts machen aber das ding da können wir auf jeden fall mitkommen ich weiß dass du mitkommen willst hier auch ich bin hier hallo spricht er mehr auf die dinge an oder direkt nochmal gekommen da kann er direkt mal mitkommen jetzt aber spricht auf die dinge an und auf die auf gar nichts okay soll es mir recht sein aber du kommst jetzt mit jetzt kommt er mit jetzt hat er angebissen jetzt hat er angebissen jetzt kommt der typ mit auf die kühe natürlich auch direkt mein gott ist ja schlimm hier mit den dingern so dann kommt da mal bitte rein nur das schaf sehr schön so euch schlachte ich jetzt hier mal ab sogar die macht mehr schaden digger ist ja schon fast peinlich so dann haben wir hier schöne schafe ups und die die wolle brauchen wir auf jeden fall jetzt dann für das zeug oh gott hallo du willst gar nicht mitkommen oder das teil da hinten ey kommen sie mit ey jungs jetzt hat er angebissen kommst drin ja nice one nice one eins mehr und du der will ja auch mitkommen der will ja auch ins dings rein komm hey naja bleib hier ich seh dich so alle hier rein hier bitte hin schön freut mich doch dann müssen wir das hier wahrscheinlich ein bisschen größer bauen sogar müssen wir sogar ein bisschen größer bauen das zeug oh gut bauen wir das auf jeden fall ab zack und dann machen wir das gehege ein bisschen größer für die tiere ne ist ja auch richtig äh hier so haben sie doch einen schönen platz und knochen haben wir jetzt nicht boah wo wollt ihr denn hin so euch rasiere ich jetzt mal am anachgoyum so gut dann hätten wir das geklärt mit den schafen ich hoffe die despawn nicht aber ich denke mal nicht es wäre ein bisschen komisch wenn die jetzt einfach so despawn würden so jetzt machen wir hier noch ein bisschen action action hier mit dem holz wa wir brauchen ja ganz viel von dem zeus hier oh oh jetzt schneller 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 besser harter yeah hier spricht ein geiler versauter rohrverleger so haben wir fett gut dann geht es jetzt hier wieder auf und äh ja an die arbeit ne und die arbeit also geht es eigentlich auch ganz gut hopp jo nice dann wird hier natürlich wieder eins drauf gesetzt so und mir ist gerade eingefallen ich habe in der ersten folge wo wir das hier begonnen haben zu bauen habe ich gesagt dass das so zwei drei folgen dauert ja gut habe ich gesagt ne ja gut das habe ich aber es dauert auf jeden fall ein bisschen länger als zwei drei folgen so das muss jetzt reichen der Rest ist nämlich aus Stein was wir dann drauf setzen so perfekt so sind wir sogar schon fast fertig mit dem Teil mhm 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 discs machen wir das äh Stein десят hinein mhm Stein bm j keyboards hacemos mit viel ich bin mal jetzt guten morgen hier noch ganz viel wolle stein 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 fertig produzierten stein nicht sag mal bin ich auf schreck okay dann machen wir hier das eisen mal weg und machen hier das rein und warten halt jetzt kurz ab wobei das kann man einfach laufen lassen da noch ewig kohle 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 hier das ist doch viel besser als hier so komisches zeug so mensch 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 kinders der zieht hässlich aus da zieht geil aus hässlichkeit werde ich noch ein bisschen holz hat holz holzen ich holze das holz damit das damit ich das holz holz kann so und mit dem machen wir dann leute ihr wisst gar nicht was ich mit dem geilen holz machen werde nein ich werde es mir nicht schieben ich werde das hier so dann hier und hier nochmal so das wäre es mit der folge bis zum nächsten mal der haut rein